Berlin 1918. Der Krieg ist verloren, das Kaiserreich untergegangen. Doch ein neues Lebensgefühl bricht sich Bahn. Freiheit. Freiheit in der Politik, Freiheit in der Gesellschaft, Freiheit in der Kunst, Freiheit in der Liebe. Doch wie viel Freiheit braucht der Mensch, um glücklich zu sein? Und wie viel Freiheit verkraftet er, um nicht an sich selbst zu scheitern? Denn Freiheit bedeutet auch den Verlust von Sicherheit. Und Verunsicherung macht die Menschen anfällig. Anfällig für die politischen Verführungskünste irgendwelcher Rappenfänger, die uns weismachen wollen, dass es auf die großen, komplexen Fragen des Lebens einfache Antworten gibt. Damals waren es die Nazis, die sich diese Verunsicherung zunutze gemacht haben. Und heute? Auch Rahel und Tino sind vom Freiheitsvirus infiziert. Tino, Bankier und Lebemann, beteiligt sich an der im Krieg von Militärs gegründeten Ufa Filmfabrik, um mit spektakulären Großfilmen und glitzernden Kinopalästen Hollywood Paroli zu bieten. Rahel will als Journalist den Wege gehen, die Frauen bisher verschlossen waren. Sie engagiert sich für eine Welt, in der alle Menschen, egal ob Mann oder Frau, glücklich werden können. Als die beiden einander begegnen, ahnen sie nicht, welche Wende ihr Leben dadurch nimmt. Denn schon bald stellt sich Ihnen die alles entscheidende Frage. Wie weit darf Freiheit gehen? In der Politik, in der Kunst und in der Liebe? Entschuldigung, können Sie mal ein bisschen leiser sein? Der Film fängt gleich an. Ach, da kommt doch immer erst noch die Reklame. Vom Freiheitsrausch zur Selbstzerstörung. Die aufregenden goldenen 20er Jahre, wiedergespiegelt in der Geschichte der Ufa Traumfabrik. Der neue Roman von Bestseller-Autor Peter Prange, dem Erzähler deutscher Geschichte. Der Traumpalast. Im Bann der Bilder. Ab 13. Oktober überall da, wo es Bücher gibt.